So meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere mit dem SV Darmstadt, mit unseren Lilien und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem großen Finale im International European, was weiß ich, Cup, sprich im Vorbereitungsturnier gegen Zwolle. Das werden wir heute spielen, das haben wir angesprochen, wir werden natürlich uns auch noch um den einen oder anderen Transfer kümmern. So ein Burgstaller schwebt uns da im Kopf und natürlich auch ein Dahoud von Gladbach, Burgstaller, den wir fix kaufen wollen, Dahoud, den wir leihen wollen. Also mal gucken, wenn das klappt, dann finde ich unseren Kader ziemlich, ziemlich geil und was ich auch noch ansprechen wollte, was wir im letzten Video gemacht haben, alles, wenn ich jetzt gerade mal gucke, dass das alles klappt, stark nehme ich mal mit. Wembacher möchte ich auch mal mitnehmen, eventuell kriegt er ein paar Minütchen später noch. Ähm, so, dann nehmen wir es stark raus, machen wir es so rum, machen wir es ruhig so rum. Ähm, was ich noch ansprechen wollte und zwar, wir haben uns ja mal kurz mit dem lieben Gideon Jung befasst, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt da Wembacher vertrauen, Jungs. Also das möchte ich jetzt machen, ähm, warum sollten wir mit Jung nochmal einen holen, der 20 Jahre ist, der 3-Stärke-Punkte besser ist, als er hier als Wembacher, der, ich glaube, 18 oder 19 ist. Lasst uns lieber auf die eigene Jugend setzen, das ist, glaube ich, bei Darmstadt eine ganz coole Sache, ein ganz gutes Konzept, das wir fahren wollen und dann passt das auf jeden Fall besser, als jetzt da einen Jung zu holen. Da huten ja allein alles schön und gut, das ist auch relativ realistisch, würde ich sagen, aus glattbarer Sicht, aber jetzt auch noch ein Jung und dann nur mit jungen Fallpumpen aus, auswärts sozusagen und nicht von der eigenen Truppe, von der eigenen Mannschaft. Ja, möchte ich nicht, möchte ich nicht, von dem her werden wir das so angehen und in dem Sinn würde ich sagen, wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auch ein Abo da, auch da würde ich mich natürlich noch mehr drüber freuen. Und schreibt, wie gesagt, gerne eure Meinung wieder in den Kommentaren, alles, was euch heute zum Part einfällt, werde ich mir anschauen. Bin jetzt hier im letzten Part meiner kleinen Vorproduktion, sprich die letzten drei Parts, die letzten zwei inklusive dem jetzt auch noch, habe ich vorproduziert, damit ihr da die Woche über versorgt seid. Und danach werde ich natürlich auch wieder auf Kommentare direkt im Video eingehen können, im Kommentarbereich, da findet ihr mich ja auch schon ganz oft gerne mal wieder. So, klassisches Trikot, auch nice. Ähm, machen wir ruhig mal das hier, spielen wir ruhig mal in Rot, bin mal gespannt, wieder im Old Trafford werden wir heute kicken, ähm, Anpfiff, 20 Uhr, Jungs. Gegen Zwolle, gegen die Holländer, also Darmstadt gegen Zwolle, das große Finale, wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt schon 1,6 Millionen eingenommen, das ist für uns sehr, 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 sehr viel. Ähm, und die haben wir eingenommen nur durch das Turnier, wenn man bedenkt, dass wir vorher, ach, du gute Güte, dass wir vorher bei gerade mal, ähm, Oh Gott, wie schieße ich denn? Ich kriege das, ich kriege das nicht gebacken gerade. Jetzt halt, äh, da, davon gesehen oder so gesehen, dass, dadurch, dass wir eh nur 2 Millionen für Transfers hatten und jetzt noch 1,6 Millionen mehr, dann ist schon, das ist schon ein richtiger Hausnummer. Und da können wir uns ja drüber freuen und damit starten wir jetzt endgültig rein, Freunde. Also, genug gequatscht, Darmstadt gegen Zwolle, Finale vom International Cup, ähm, hier und heute vielleicht unser allererster Pokalsieg, das wäre natürlich ein absolutes Ding. Wahnsinn, Darmstadt holt sich einen Pokal, unfassbar, Rosenthal, erste Möglichkeit, Rosenthal will schießen, bleibt gerade nochmal so, hängen die Spieler, der gute Van der Haart, mit fast dem riesen Patzer da, der Keeper. Huiuiui, da klingelt es fast, schön aufgepasst, gut nachgesetzt. Am Ende reicht es nicht ganz, Franchic mit dem Ballverlust. Da ist Gustavo, schön dazwischen, den Ball, den sollten wir erstmal kriegen, den haben wir auch und dann können wir erstmal umschalten. Franchic braucht viel zu lange, auch in der Situation wieder. Also, der Kollege ist noch nicht wirklich in der Partie drin, stand jetzt. Ei, 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 ei. Passt mir auf, Jungs. So, schöne Übersicht von Martenja, der macht das super. Super, und dann ist da Sandro Wagner auf einmal so ein bisschen durch. Wagner, schön von Wagner, Wagner, guter Pass, schlechter Pass, aber da läuft er auch nicht gut, unser Mitspieler. Da wäre absolut mehr drin gewesen, langer Ball nach unten, sollte eine Grätsche werden. Geht erstmals aus, aber 10 Minuten rum, relativ guter Start da von uns. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, was wir da bisher treiben und dann gibt es fast sogar den Eckball. Sieht doch ganz gut aus, was wir da bisher machen. Schaffensvolle mit relativ wenig Aktionen nach vorne. Wir machen das bisher sehr, sehr gut und bräuchten jetzt eigentlich nur noch das Tor. Dann wäre es perfekt, da ist Seimak nach oben gelegt. Auf Thomas, nach vorne gespielt, kommen wir leider Gottes nicht hin. Schön dazwischen, Niemeyer. Oh, gut gemacht von Niemeyer. Schiri gibt jetzt den Freistoß, Doppelfoul von Seimak. Mal schauen, kriegt er gleich die gelbe Surschatz aus? Das nehmen wir natürlich gerne hin. Und wir kriegen vielleicht die Möglichkeit nach vorne, was durchzuführen, Freunde. Aber es ist noch alle sehr eng. FIFA 16 im Allgemeinen noch relativ gewöhnungsbedürftig für mich. Guter Ball nach unten. Bruno Diaz, der Ex-Mainzer in die Mitte gelegt. Heller abgelegt. Da ist Wagner, der setzt sich super durch, macht das 1 zu 0. 18 Minuten gespielt. Wagner mit dem Treffer. Und da freut er sich im Old Trafford natürlich. Wir führen im Finale hier im European International Cup. Gegen Zwolle mit 1 zu 0 im Old Trafford. Wahnsinn, Jungs. Das ist perfekt. Das gibt nochmal richtig, richtig dickfett Kohle. Und dann können wir die investieren. Auch vor allem in einen Burgstaller, den wir so unbedingt verpflichten wollen. Weil der Mann auch wirklich absolut geniale Stats hat. Niemeyer. Probiert es da auch. Ich wollte eigentlich gleich schießen. Haben wir nicht ganz hinbekommen. Aber Zwolle bisher gar nicht in der Partie. Sainsbury. Da ist Thomas mit dem kleinen Chip rüber auf Gustavo. Aber das ist alles. Das bringt keinen wirklichen Raum da. Und wir verteidigen echt richtig, richtig gut. Haben das dumme Gegentor gegen Bristol bekommen. Haben da zwar schon ein bisschen was zugelassen. Aber es war im Rahmen dafür, dass das unser allererste Spiel in der Karriere war. Dass wir es selbst gekickt haben. War das alles im Rahmen. Und auch heute zeigen wir eine... Boah. Der war nicht schlecht. Eine sehr, sehr gute Defensivleistung bis dato. Und das ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg in der Fußball-Bundesliga mit Darmstadt. Wir werden keinen Offensiv-Fußball spielen. Wir werden kein Spektakel von Spieltag zu Spieltag zeigen. Sondern bei uns geht es über die Defensive, über die Null, die hinten stehen muss. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Konstantin Rausch. Schöner Ball. Rosenthal. Super. Niemeyer wieder. Rosenthal. Rosenthal spiele ich noch. Er macht das super. Wieder Rosenthal vielleicht. Oh, wenn der noch ankommt. Gibt aber den Freistoß. Dann wäre es richtig fein gewesen. Konstantin Rausch. Steht bereit. 30 Meter Entfernung auf das Tor. Konstantin Rausch. Konstantin Rausch. Boah. Was ein Pfund. Da hat nicht viel gefehlt. Dann geht der da rein. Aus knapp. Ich weiß nicht. 25, 30 Metern oder was das waren. Nicht so schlecht. Vorm linken Mittelfeldspieler. Heller. Niemeyer. Ja, schön gespielt. Wagner. Rosenthal. Ball geht nicht durch. Schade, schade. Rosenthal stand jetzt hier. Unser Zehner. Unser Mann. Der da vorne für ganz viel Alarm sorgen soll. Altspielmacher. Aber das macht er auch ganz gut. Gefällt mir bis dato. Ganz fein. Was er da anstellt. Thomas. Sieht nochmal in die Mitte. Gustavo. Da ist ein Sübe oder so. Freunde. Keine Ahnung. Nach vorne gelegt. Becker. Becker. Kommt schon. Wir kommen nicht drauf. Immer noch Becker. 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 Nein, nein, nein. Die Flanke ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Die ist gut. Und dann an die Latte. Seitfalls hier. Riesmöglichkeit für Zwolle. Huiuiui. Das war nicht schlecht gemacht. Ganz artistisch da agiert. Und wir kriegen die Kulle wieder nicht. Schade. Sainsbury. Also. Zwolle wird so ein bisschen stärker gerade. V-Spiel. Zwolle wird hier zum Ende der ersten Halbzeit noch mal ein bisschen stärker. Acht Minuten müssen wir noch überstehen. Dann gehen wir hier wirklich mit diesem 1 zu 0 in die Pause. Das wäre ein nahezu perfektes Ergebnis hier. So haben wir uns das vorgestellt im Finale. Fransic. Fransic zieht da mal so ein bisschen in die Mitte. Fransic macht das nahezu perfekt. Nur der Ball kommt da nicht ganz an. Sonst alles andere absolut top. Thomas. 5 Minuten noch. In Durchgang 1 von hinten. Die Mitte gespielt. Nach unten gelegt. Da ist Brahma. Wieder ein zweiter. Die spielen erst geduldig, aber die kommen nicht zum Erfolg, die Jungs. In Blau. Und das kann uns stolz machen. Dias. Guter Ball. Rosenthal. Komm mal nicht hin. Becker. Vorne gelegt. Aufpassen. 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 Den müssen wir kriegen. Den müssen wir kriegen. Den kriegen wir. Nochmal die Konterschance. Fragezeichen. Rosenthal. Gut durchgesteckt. Es gibt die Möglichkeit, Jungs. Niemeyer. Och, der ist so fucking langsam. Ey, super. Oder wie er heißt. Holt ihn ein. Und damit leider Gottes die Chance vertan. Van der Hart. Spielt den nochmal raus. Und dann dürfte es das gewesen sein. Zwei Minuten Nachspielzeit. In Durchgang 1. Sind damit gleich vorbei. Und wir gehen hier höchstwahrscheinlich mit dem 1.0 rein. So schaut es aus. Also. Richtig gutes Spiel von uns. Ganz abgeklärt, wie wir da bis dato spielen. Zwei Schüsse. Eine aufs Tor. Zwolle mit mehr Möglichkeiten. Aber wir haben das eben eiskalt genutzt. So wie das sein muss. Und können damit also jetzt rein starten. Erster Wechsel bei Zwolle. Interessiert uns aber nicht, wer da kommt. Da kennen wir uns eh zu wenig aus. Bei Zwolle. Keine Ahnung. Und ich denke, wir werden dann wieder komplett durchrotieren. In der 60. So was. Werden dann wirklich wieder alle Mann, die heute hier mit angereist sind, Richtung Old Trafford mitnehmen. Und einwechseln. Damit da wirklich jeder nochmal ein bisschen Spielpraxis bekommt. Wagner, der das super macht. Schöner Ball. Überragendes Ding. Durchgesteckt. Das ist kein Abseits. Aber Zainsbury kriegt den Körper dazwischen. Schade, schade. Zainsbury macht das gut. Gegen drei Gegenspieler. Brahma. Guter Seitenwechsel. Fünfzigste Minute. Jawohl. Heller. Schöner Ball. Rosenthal mit der Hacke. War gut. War gut. War gut. War gut. War gut. Und dann dauert es wieder zu lange. Das sind immer so die Situationen. Wenn der Gegner von vorne angreift, das dauert zum Teil viel zu lange hier bei uns. Ach, doch nicht den. Was war das denn, Jungs? Riesen Kontermöglichkeit eigentlich. So billig verteilen. Wir gehen mal rein. Komm, wir wechseln mal. Wir wechseln jetzt mal. Wagner raus. Strohengel rein. Da gebe ich mal Seiler die Chance. Der hat noch gar nicht gespielt bisher. Rausch. Kempe. Heller raus. Ne, keiner raus. Kaldiroler raus. Wembach rein. Niemeyer raus. Jungwirth rein. Wen haben wir denn jetzt noch? Platins darf auch mal rein in der Halbzeit. Und Holland auf links für Diaz. So. Alle Wechsel damit durchgeführt, würde ich sagen. In der 53. Minute. Zumindest, wenn es jetzt dann langsam vonstatten geht. Und dann kriegt da nochmal jeder die Möglichkeit, sich ein bisschen zu beweisen. Oh, da muss er sich doch durchsetzen. Schade, schade, der Wagner. Grieche geht auch ins Leere. Da ist Weltweg. Jawohl. Konterschoss. Rosenthal. Wagner. Komm Wagner, zeig mal was. Wagner. Ungelegt. Das war gut. Rausch. Die Flanke. Um Gottes Willen. Wo geht die denn hin? Um Gottes Willen. Konstantin Rausch. Der rutscht ihm völlig über den Schuh. Und jetzt also. Die wechseln bei uns. Sehr, sehr schön. Einige Leute. Die kommen auch. Zwolle nochmal mit dem einen oder anderen Neuzugang. Und dann geht so langsam das letzte Vorbereitungsspiel in dieser Saison vorbei, Freunde. Wenn wir diese Partie gespielt haben, dann gibt es noch ein bisschen Simulation im Sinne von Kalendersimulation. Bis wir kurz zum ersten Spieltag sind. Kempe. Oh. So leicht komme ich da nicht durch, leider. Und dann steht schon Hannover 96 an. Holland. Eingewechselt worden. Kann da nochmal für irgendwie Alarm sorgen. Guter. Oh. Schlechter Ball nach unten. Wollte ich sagen. Guter. Idee war gut. Aber Umsetzung war dann eher schlecht. Becker. Langer Ball nach vorne. Möglichkeit. Für Zwolle auf einen guten Konter. Brahma. Keeper steht sehr, sehr weit vom Tor. Warum auch immer. Und die Möglichkeit. Strohengel. Ungelegt. Die sind jetzt natürlich alle fit. Seiler, Strohengel und Co. Die können jetzt schon mal so ein bisschen was zeigen. Heller. Der ist natürlich nicht fit. Heller. Und dann kommt der Ball nicht ganz an. Schade. Also jetzt so ein zweites. Das wäre natürlich die absolute Entscheidung. Da brauchen wir gar nicht um einen heißen Breit rumreden. Und das wäre natürlich der Traum schlechthin. Wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Aber einfach ist es nicht. Weltweg. Komm mal hin. Da kommen wir hin. Guter Ball. Fast ein guter Ball. Lahm dazwischen. Aber nicht der Philipp. Sondern ein anderer. Transfer bestätigt. Manchester United. Bastian Schweinstecker steht da oben. Also kleine News reingekommen gerade. Für uns. Bastian Schweinstecker bei Manchester United. Ab sofort unter Vertrag. Aber das ist natürlich auch nichts weiter Neues so gesehen. Nur ein bestätigter Transfer. Guter Ball. Ja. Gutes Ding von Seiler. Strohengel der schön draufsteigt. Strohengel der mal den langen Ball probiert. Und wir kommen leider nicht hin. Also zweiter Durchgang. Da beschränken wir uns bis dato doch sehr stark auf. Die Defensive zeigen nach vorne. Nicht wirklich viel. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung. Wir sind Darmstadt. Wir sind kein FC Barcelona. Wir sind nicht irgendwie. Was weiß ich. Die Schönspielmannschaft schlechthin. Sondern wir wollen einfach in der Fußball-Bundesliga bleiben. Richtig gute Möglichkeit. Guter Kopfball von Dominik Strohengel. Und dann geht er knapp nicht rein. An den Pfosten geklatscht das Ding. Schade, schade, schade. Da wäre mehr drin gewesen. Weltweg. Vor allem das wäre auch wieder die Entscheidung gewesen. Die wir vorhin schon angesprochen haben. Lasic. Kommt über die Seite. Den haben wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir nicht. Weil er nochmal den Körper reinkriegt. Uiuiui. Gute Möglichkeit da. Schön gemacht. Ah. Wieder verlieren wir ihn. So. Wir müssen jetzt da mal auf. Sehr, sehr defensiv oder so. Oh. Das ist stark gespielt. Und dann sind wir so gerade noch da. Aber auch die Abseitsposition. Ganz tief durchschnaufen. So. Abwehrige Freunde. Und Konterspiel möchte ich noch mitgeben. Ähm. Oh. Schlechter Pass von mir. Konter habe ich eingestellt. Aber lieber hätte ich den Pass gespielt. Aber wir kriegen ihn wieder. Gut geklärt. Vollland. Schiebt an. Schöner Ball. Strohengel. Gut gespielt. Dann will ich den gleich durchstecken. War vielleicht gleich ein bisschen zu riskant. Jawohl. Seiler. Macht das stark. Strohengel läuft. Strohengel. Der Ball. Nicht perfekt gespielt. Strohengel kommt nicht hin. Oder? Kriegt er den noch? Kriegt er nicht. Langer Ball nach unten. Geht ins Aus. Gebt den Einwurf. Vier Minuten noch Jungs. Vier Minuten noch durchhalten. Und zwingt die ganz, ganz große Kohle hier. Zumindest aus Darmstädter Sicht ist das sehr, sehr viel. Was wir kriegen könnten. Schlechter Ball. Der muss nach oben durchgesteckt werden. Schade. Fahren hin zum. Nach vorne gespielt. Da ist der gute Pass. Kein Foul bitte. Wembacher. Er macht hier das Foul. Und es gibt den Freistoß. In einer sehr, sehr guten Position. Ganz stark aufpassen jetzt bitte. Ball ist nicht drin. Boah, da hat absolut nicht viel gefehlt. Der fliegt zentimeterweise über den Kasten. Da wäre er nicht hingekommen. Unser Platin ist eingewechselt worden. Und jetzt muss das Ding rein. Heller kann sich nicht durchsetzen. Schade, schade, schade. Da kommen wir nicht ganz durch. So, wir attackieren nochmal früh. Das ist stark. Somit bieten wir kaum Platz, hier sich durchzusetzen für die Jungs in Blau. Decker. Decker wird auch hart angegangen. Aber ohne natürlich unfair zu sein. Gut gespielt. Kriegen wir den durch. Leider nicht. Wieder ein bisschen zu ungenau. Und am Ende ist es aber vorbei, Jungs. Wir gewinnen den European International Cup mit 1 zu 0 gegen Zwolle im Old Trafford. Ganz, 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 ganz stark. Ja, und haben damit ein bisschen mehr Kohle jetzt in den Taschen. Wir gucken mal rein, wie viel es am Ende wird. Hätte ich nicht gedacht. Das war das gleich so gewinnen. Gut, die waren jetzt auch nicht Gegner, die man mit Vereinen aus der Fußball-Bundesliga vergleichen kann. Gar keine Frage. Aber schlecht waren die auch nicht. So. Wembarer, da können wir wieder Training machen. Das werden wir auch gleich mal angehen. Wir gehen rein ins Büro. Träunierpreis gilt 1,35 Millionen. Nochmal sehr nice. Jawohl, das freut die Jungs. Das ist schön Sperre abgelaufen. Auch das freut uns. Der Hut, da müssen wir jetzt mal angucken, ob es da schon was Neues gibt. Bezüglich ihm. Ne, muss auch erst noch weiter mal gescoutet werden. Sehr, sehr schön. Ich würde fast sagen, wir gehen mal rein ins Training. Och, wieso wurde das nicht gespeichert? Normal wird das doch immer gespeichert, dachte ich. Naja, halb so wild. Wir gehen jetzt mal hier die Jungs durch. Wer ist denn hier laut FIFA ein vielversprechender Spieler? Caldirola wieder. Bei Caldirola können wir ruhig schwer machen, dass sich ganz gut entwickelt eigentlich. El Rondo. Ähm, so. Sonst haben wir da erstmal keinen. Da haben wir auch keinen. Matenja noch. 23 Jahre jung. Was hat der jetzt? Eine 69. Ach, der ist noch 23 Jahre jung. Okay, dann passt es doch. Dann passt es doch, Jungs. Ähm, machen wir erstmal Mittel. So. Füge in die nächste Übung hinzu. Sonst haben wir aber, glaube ich, fast keinen mehr. Ich nehme mal jetzt Wembacher noch. Wembacher natürlich wieder. Boah, machen wir mal schwer. Dann könnte er sich überall verbessern. Das wäre natürlich top, wenn er das schafft. Ähm. Dann unseren Finger. Machen wir mal leicht ruhig bei ihm. Und dann noch zu guter Letzt den Kollegen. Kasimi bin ich am überlegen. Ich glaube, wir machen Kasimi. Ja, Kasimi. Kasimi auch nochmal. Ähm, schwer. So, Jungs. In dem Sinn, würde ich sagen, simulieren wir mal. Simulieren wir mal ganz langsam. Übung simulieren. Machen wir mal peu a peu wieder. Das werden wir sicherlich, wenn wir dann langsam wissen, wie alles funktioniert. Äh, bisschen alles simulieren immer. Aber Caldirola entwickelt sich echt stark. Gefällt mir ja gut. Also vielversprechender Spieler. Sehr, sehr nice. Boah, Martenja macht das bärendstark. Da oben sehen wir übrigens auch unter dem Spieler direkt, wann die nächste Schwierigkeitsstufe erreicht wird. Da zum Beispiel. Also, Wembach geht nach oben auf eine 58. Sehr, sehr schön. Boah, und macht einen ganz großen Schritt auch Richtung 59. Also, den können wir echt noch richtig dahin triezen, wo wir ihn hinhaben wollen. Ähm, nächstes Training. Finger. Nur eine D. Schauen wir mal. Der bleibt bei einer 54. Schade. Verbessert sich kaum. Und zu guter Letzt noch unser Kasimi. Auch nur eine D. Auch der verbessert sich. Ja, bei Ausdauer ein bisschen. Das ist schon mal schön. Aber sonst nicht wirklich gravierend. Okay, sehr, sehr cool. Spieler des Turniers bekannt gegeben ist Nüland von Zwolle. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes? Transfer. Werner des Kalejron. Wenn wir nicht zu Schalke, bleibt bei Napoli. Aspili Quetta. Wenn wir nicht zu Wolfsburg. Zapata bleibt. Milan Treu. Hertha war da interessiert. Sehr interessant. Southampton verhandelt über Pato Wechsel und Al-Hilal. Schal-Al-Chamrani. Oh Gott, den ziehen wir so auf den Ultimate Team. Den will ich da gar nicht erst ziehen. Ähm. Wir gehen mal noch mal ein paar Tage voran jetzt. Transferangebot Jan Finger. Ähm. Kurz Carlyle United. Das nehmen wir an. Die Jungs, die dürfen alle mal verliehen werden. Sehr schön. Transferangebot. Ähm. Finger. Das haben wir noch gerade angeschaut. Abgelehnt. Der Spieler ist zu wertvoll für uns. Heißt, wir müssen auf jeden Fall für Burgstaller noch mal ein bisschen mehr bieten. Aber ich will Burgstaller schon. Wisst ihr? Ich will Burgstaller schon. Ähm. Gescheiterte. Da ist er. Burgstaller. Neues Angebot. Unterbreiten. Was haben wir geboten? 1,25. Ich gehe mal auf 1,75 hoch. Wir müssen uns so ein bisschen vortasten langsam. Weil wir haben nicht so viel Kohle, Jungs. Ganz klar. Gut. Jetzt ein bisschen mehr durch den Sieg. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm. Und dann gehen wir noch mal ein paar Tage voran. Ich bin jetzt gespannt, wie es aussieht mit Dahoud. Transferangebot Ivana. Da bieten sie 400.000. 400.000 für Ivana. Ich würde sagen 420.000 ist ein bisschen unter Transfermarkt wert. So rum. Dann könnt ihr den haben, Jungs. Dann könnt ihr den haben, den Kollegen. Angebot abgelehnt. Ist das schon wieder Neues? Ne. Verhandlungen laufen. Das ist auch noch das alte. Dann können wir das löschen. 21.000. Ja. Von gestern. Stimmt. 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 So. Simulieren wir noch mal ein paar Tage. Aktuell ist aus Deutschland. Das ist schön. Der Hut möchte ich jetzt endlich mal gescoutet haben. 3,3 Millionen. Ich spiele das zu wertvoll. Das könnte ja knicken, Jungs. Das könnte ja knicken. 3,3 ist mir auch zu viel. Ähm. Das ist mir absolut zu viel. Aber wir gehen natürlich noch mal rein. Versuchen mal noch mal ein bisschen mit reinzukloppen. Wir gehen jetzt mal auf 2, Miller. 2 Millionen für Burgstaller. Mal schauen, was der Klub dann sagt. 3,3 könnt ihr, könnt ihr klicken, Jungs. Aber das ist klar. Das ist Verhandlungssache, Jungs. Logo. Logo, Logo. So. 60-Fundle mit Ivana. Ich hoffe, das funktioniert am Ende. Ähm. Okay. Bleiben bei 400.000. Ich würde fast sagen, am Ende nehmen wir es jetzt mal an. Weil Ivana läuft der Vertrag noch, ähm, 12 Monate. Und, sorry, alle 60er. Aber so dumm wird kein anderer Verein sein, den jetzt noch so zu holen. Muss man jetzt auch mal so sagen. Von dem her. 400.000. Nehmen wir an, das Ding. Ivana, ab der Fisch. Sehr cool. Ähm. Anfrage zu der Hut. Haben wir da jetzt schon neue Infos? Auch noch nicht wahrscheinlich, ne? Och, Jungs. Wie lange dauert denn da das Scouting noch für der Hut? Das gibt's doch gar nicht. So, wir können wieder trainieren. Ähm. Das werden wir jetzt. Wir werden übrigens jetzt noch schnell simulieren bis zum ersten Spieltag. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Machen wir mal schwer ruhig. Übung hinzufügen. Ähm. Kasimi haben wir schon. Wer ist denn noch rein vom Status hier stark? Ist auch noch ganz nah dran, äh, die nächste Entwicklungsstufe sozusagen zu erreichen. Dominik Storosenthal können wir auch nochmal machen. Rosenthal, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, aber der könnte sich da auch nochmal ganz gut auf eine 72 hochentwickeln. Mh, 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 mh. So, Jung wird nicht. Wembacher möchte ich auf jeden Fall. Und wir machen Caldirola eigentlich auch. Wir haben ja noch zwei, oder? Wir haben ja, glaube ich, noch zwei. Machen wir da ruhig schwer. Und zu guter Letzt noch der Wembacher. Martenya müssten wir eigentlich auch noch angehen. Aber der hat sich erst entwickelt. Das machen wir dann. Das machen wir dann demnächst. In der nächsten Woche. So, ähm, schwer. Und in dem Sinn würde ich sagen, simulieren wir mal alles. Ich habe noch keine Ahnung, genau, wie das aussieht. So scheinbar. Okay. Wembacher kommt auf eine 59. Kommt immer näher. Kasimi Richtung 57. Ähm, sehr, sehr schön. Stark, großen Teil auch kurz davor. Alle relativ gut abgeschlossen, das Ganze. Das freut mich. Das freut mich. Wembacher bei einer 59. Wenn er mal bei einer 60 ist, dann können wir uns da sehr drüber freuen. So, irgendwas wollte ich noch angehen. Ich weiß es gerade aber nicht mehr. Ähm, so. Inakzeptabel 3,3 Mille. Wir gehen nochmal ein bisschen hoch beim Klub. 2,5. Wobei, ist schon fast zu viel. Wir gehen mal 2,2,5. Vielleicht akzeptieren sie das gleich. 2,25 Millionen für Guido Burgstaller. Boah, das wäre schon ein Top-Spieler. Muss man mal so sagen. Ähm, okay. Gehen wir nochmal ein paar Tage voran. Ivana, hoffentlich ist das Ding jetzt auch fix langsam. Transfer-Angebot für Stegmaier. Das ist jemand, den wir auch verkaufen wollten. An Fürth. Aber da machen wir jetzt mal ein Gegenangebot von 400.000. Ich weiß nicht. Fürth wird wahrscheinlich nicht so viel haben. Aber 275 ist mir ein bisschen zu wenig noch. Aktuell ist aus Deutschland. Interessiert uns erstmal nicht. Der Hut. Da wollte ich noch schauen. Wann der jetzt endlich mal fertig gescoutet ist. Jede Position, der Hut. Mittelfeld. Gibt es doch gar nicht. Sag nicht, wir haben der Hut gar nicht gescoutet. Das wäre natürlich extrem bitter. Aber das würde alles erklären. Ja. Okay. Richtiger Fail. Äh, wen hätten wir jetzt denn noch auf der Wunschliste eigentlich? Bacalords. Können wir auch mal noch beobachten. Amine beobachten wir auch mal. Das haben wir alles nicht gemacht. Blöd, blöd, blöd. Tschadkowski, den haben wir wiederum beobachtet. Bittroff, Burmeister. Okay, 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 okay. Ähm. Und den Kloß beobachten wir auch mal. Kloß wäre auch so ein geiler Spieler, der passen würde eigentlich. Aber gut, wir gehen mal ein paar Tage voran, dass wir, dass das, ne, da wissen wir natürlich, warum das nicht klappt. Ganz klar. So, Transferangebot 350.000 gehen sehr hoch. Ich würde sagen, auch da nehmen wir an, auch wenn es knapp unter dem Markt wird, ist. Aber der Vertrag läuft aus. Wir brauchen ihn eh nicht. Kreuzer Fürth hat auch nicht so viel Kohle. Von dem her, werden wir den Kollegen mal verkaufen. Inakzeptabel 3,3 Mille. Die bleiben dabei. Also 3,3 ist mir eigentlich zu viel für Burgstaller. So viel auf einmal zu investieren. Möchte ich nicht. Spieler verkauft sehr schön nach 60. Das freut uns. Wir gehen rein in den August. Jungs, so langsam. In den August. Und dann schauen wir mal, was da so passiert. Ähm. Abschlussbericht der Hut. So, jetzt schauen wir mal rein. Was hat er denn? Eine 60. Eine 60. Ja, ich würde sagen, wir versuchen eine Laie. Wir versuchen eine Einjahreslaie mit der Hut mal. Ähm. Oder probieren wir ruhig eine Zweijahreslaie. Mit einer künftigen Ablöse von 2 Mille. Probieren wir mal, oder? 2 Mille, ist das gut? Vorstand wird nicht gestatten. 1,5. Bitte Vorstand. Bitte lieber Vorstand. Auch nicht. Okay, dann müssen wir nochmal raus und nochmal rein. Nicht, dass die wieder denken, wir machen eine Ablöse in der künftigen von 0 Euro. Nicht festgesetzt. Ähm. 2 Jahre absenden. So, schauen wir mal, ob der Hut da will und kommen will. Oder ob die Jungs aus Gladbach sagen, nee, komm, ein Jahr reicht. Und dann wollen wir den Kollegen wieder. Werden wir gleich sehen. Spieler verkauft. Das ist schön. Angebot akzeptiert. Guido Burgstaller, 2,5 Millionen. Das freut uns. 35 haben wir noch so viel. Gerade so. 3 Jahre. Ähm. Ich würde fast sagen, essentieller Stammspieler wird der Kollege. Und dann hauen wir den mal rein. Burgstaller vom Klub verpflichtet. Wenn er denn jetzt kommen will, das wäre schon mal sehr, sehr schön. Und dann bin ich auch top zufrieden hier. Dann bin ich echt top zufrieden. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgend... Achso, ich wollte Training machen. Stoppen, stoppen, stoppen. Ähm. Stoppen, stoppen, stoppen. Hallo? Stoppen. So. Aktuell ist er aus Deutschland. Angebot akzeptiert. Das freut uns. Sehr schön. Burgstaller annehmen. Ab der Fisch. Guido Burgstaller ab sofort bei Darmstadt 98 unter Vertrag. Sehr, sehr schön. Das freut uns. Der passt, glaube ich, da richtig gut rein in den Verein. Der Hut. Wollen wir, wie gesagt, klein. Das schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal rein. Machen wir wieder das. Achso, hier kann ich machen. Vorherige Einheit laden. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal genau dieselben. Simulieren hier nochmal alles. Sehr, sehr fein. Und dann ist der Part, glaube ich, schon sehr, sehr lang hier. Kasimi. Wembacher kommt hoch auf eine 59. Das freut uns. Sehr, sehr schön. Boah, der nimmt eine richtig gute Entwicklung da langsam hin. Sehr fein. Kaldiroler bleibt bei einer 75 wieder nur eine D. Okay. Aber das wird das schon irgendwann hinkriegen. Und wir geben jetzt echt 2,5 Mille aus. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm. So. Was ich noch schauen wollte. Halt. Ist hier in den Transferverhandlungen. Ist da mit der Hut was gescheiter? Der Spieler wartet. Der Spieler wartet. Okay. Müssen wir auch warten. Ich dachte jetzt schon, wir können da irgendwie schon Ja oder Nein sagen. Aber leider Gottes noch nicht. Gehen wir nochmal ein paar Tage voran. Angebot zur Ausleihe angenommen. Sehr schön. Sehr schön. Nehmen wir an. Also auch der Hut. Ab sofort zwei Jahre für Darmstadt unter Vertrag. Auch das freut mich sehr. Ich glaube damit sind wir jetzt mit einer richtig guten Mannschaft am Start, Jungs. Mit einer richtig guten Mannschaft. Was wir jetzt noch angehen werden, ist der Jugendstab. Da haben wir jetzt auch nochmal richtig Kohle. Da müsste ich richtig nochmal Geld rein investieren. Ähm. Ruhig sogar hier diese 2,6 Millionen. Oder? 2,6 Millionen? Aber ich glaube das machen wir. Das ist ja das, was wir tun wollen. Verstärkt auf die Jugend setzen. So. Scouting-Netzwerk aufbauen in Deutschland. Ähm. Neun Monate geht da länger. Ne. Neun Monate. Und wir suchen, ähm. Wir suchen mal rück alle. Sehr, sehr schön. Okay. Weil das ist glaube ich die Zukunft. Die 2 Millionen, die sind glaube ich richtig gut investiert. Mit dem Training können wir die Jungs da auch sehr, sehr schnell hochleveln. Genauso wie wir das vorhaben. Und dann bin ich jetzt eigentlich echt top zufrieden. Wir können gleich nochmal reinschauen in den Kader. Ob es noch irgendwas gibt, was wir ändern wollen. Ich glaube aber nicht. Und dann steht schon die Partie gegen Hannover 96 vor der Tür. Werden nochmal alles simulieren. Nochmal mit demselben Kader. Mit denselben Leuten. Wembacher, der den nächsten großen Schritt macht. Kaldiroler macht den super Schritt. Ähm. Kurz vor der 75. Das freut uns alle sehr, sehr schön. Und das nächste Mal müssen wir da Hut mit reinpacken. Da Hut müssen wir auch noch hochleveln. So. Fabian Klos Abschlussbericht interessiert uns auch nochmal ganz brennend. Eine 69. Okay. Wäre auch nochmal eine interessante Personalie. Aber ich möchte jetzt nicht noch kaufen. Auch wenn wir vielleicht noch ein bisschen Kohle hätten. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt so zufrieden. Armini, der interessiert mich nochmal. Ich bin jetzt eigentlich so zufrieden mit dem, was wir haben. Ja, okay. Äh. Von dem her. Macht das keinen Sinn, Jungs. Macht das keinen Sinn. Wir gehen lieber nochmal ein paar Tage voran. Mal schauen. Vielleicht können wir nochmal eine Trainingseinheit reinkloppen. Ich weiß es nicht. Und dann spielen wir im nächsten Part. Gegen Hannover 96. Das ist jetzt das, was vor der Tür steht. Aktuell ist aus Deutschland. Matip, Naldo, Benhat, Tira, Wumpe. Ähm. Und zwar wollte ich noch... Genau, eins wollte ich noch machen. Und zwar in der Mannschaft vielleicht nochmal die Trikot nochmal anschauen schnell. Was hat Burgstaller? Ich habe keine Ahnung. Burgstaller, wo ist er? Er hat die 16. Ja, komm, die lassen wir. Und da Hut. Da Hut, die 17. Okay, nee, das ist in Ordnung. Das hört sich doch ganz gut an. Haben wir da noch irgendwas? Verletzte Spieler, Nix, Nationalteam, Teambericht, Teamrang. Den können wir vielleicht nochmal schnell anschauen. Hella, Caldirola, Rausch, Sulu, Diaz sind da oben mit dabei. Ganz unten wahrscheinlich jetzt die neuen Zugänge, logischerweise. Da Hut. Weiß ich schon, ganz gut eingefunden hat. Und wo ist Burgstaller? Da oben. Auf Rang 10 Burgstaller schon. Sehr nice. Sehr, sehr cool. Okay. Haben wir das. Teambericht können wir uns nochmal schnell anschauen, ob sich da schon viele verbessert haben. Nur die sich verbessert haben. Schauen wir mal kurz an. Rosenthal plus 1. Das freut uns durchs Training. Manuel Wembacher plus 2 mittlerweile schon. Das freut uns auch sehr. Seiler geht um 1 nach unten. Okay. Kasimi um 1 nach oben. Weg am Training. Naja, das hört sich doch gut an. Und Finger auch um 1 nach oben. Bei Carlisle United ist er da momentan aktiv, Freunde. In dem Sinn würde ich sagen, was ist das heute mit dem Part? Training können wir soweit nichts mehr machen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sind wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und im nächsten Part geht es dann letztendlich los. Am ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96, Jungs. Das wird richtig, richtig geil. Und in dem Sinn würde ich sagen, bin ich raus, Jungs. Macht's schön. Habt einen wunderbaren Tag. Macht's schön. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. So rum. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.